Patricia, warum ist deine Flasche mit Sauerstoff so klein? Wir benutzen doch immer so kleine... Ja, wenn wir sie nachfüllen können. Ja, eben. Also... Wir können sie aber nicht mehr nachfüllen. Was?! Heute ist der erste Tag, wo sie unseren Sauerstoff begrenzen. Deswegen haben wir alle riesige Sauerstoffflaschen. Passt du nie in den Unterricht auf? Nein. Na, ganz toll. Das war ein Chipmunk. Sie versucht, ihren Sauerstoff nicht zu verschwenden. Warum ist ihre Flasche auch so klein? Sie hat nicht im Unterricht aufgepasst. So eine Idiotin! Frag doch einfach jemanden nach Sauerstoff. Nein, und nicht mich. Ich brauche meinen selber. Kannst du mir Sauerstoff geben? Nein! Hey, ich habe sogar Sauerstoff. Aber sag es niemandem!